Entweder jemand ist ein Nazi, oder jemand ist homophob, oder jemand ist ein Klimaleugner. Mehr haben sie nicht. Also mit diesen drei Vorwürfen kann man eigentlich jeden kaputt machen, weil keiner hat die Zeit wirklich zu recherchieren. Stimmt das denn überhaupt wirklich? Viele werden diese wundervolle Frau kennen, die man ja regelmäßig als Stammgast bei Achtung Reichel trifft. Doch das, was Gloria Thurn von Taxis so besonders macht, ist nicht nur ihr schöner Name, sondern etwas Einzigartiges, was es leider kaum noch in Deutschland zu geben scheint. Sie hat nämlich, und nun aufgepasst, eine Meinung. Und das Problem dieser charakterstarken und christlich verwurzelten Meinung ist, dass sie überhaupt nicht mit dem postulierten, woken Zeitgeist übereinstimmt, der bekanntlich unsere Medien dominiert. Und das lässt viele Anhänger der linken Ideologie nachts nicht schlafen. Denn obwohl Diversität bei ihnen großgeschrieben wird, erlebt man im Diskurs oft genau das Gegenteil. Doch trotz der vielen Einschüchterungsversuche bleibt sie sich treu, wie auch in diesem Video, in dem sie auf eine tiefgründige Weise die Problematik der heutigen Spaltung in Politik und insbesondere der Gesellschaft anspricht. Deshalb schauen wir uns nun gemeinsam die bedeutendsten Szenen an, damit wir immer wieder daran erinnert werden, dass wir nicht allein mit unserer Meinung sind. Los geht's! Homosexualität zu benutzen, weil man tut den Homosexuellen damit ja enorm Unrecht. Weil diese Identifikationspolitik ist eben eine Politik, die spaltet. Wenn wir eine Gesellschaft zusammenhalten wollen, dann sagen wir, richtet nicht übereinander. Aber wenn man plötzlich anfängt, dass die sich als das identifizieren und die anderen identifizieren sich als das, dann habe ich automatisch eine Spaltung. Und Homosexualität ist einfach eine sexuelle Präferenz und es ist eigentlich auch eine Art Lebensform, eine antibürgerliche Lebensform. Damals zumindest. Und was mich einfach gestört hat, einfach auch in dieser Entwicklung der letzten Jahre, ist, dass die Homosexuellen, die ja immer was Besonderes waren, die sollen jetzt verbürgerlicht und verspießert werden. Da, ich meine, ich habe genug homosexuelle Freunde, die das auch schrecklich finden, die auch nie auf einer Gay-Parete mitlaufen würden, weil das einfach den, wie sagt man auf Englisch so schön, too much in your face. Da gibt es auch Generationenunterschiede. Ja, und muss man auch sagen, die jüngere Generation sieht das alles ein bisschen anders, ist sehr queer-friendly, nennen wir ihn mal bei einem Anglizismus. Aber sind wir auch queer-friendly? Nur wir finden einfach, dass die Sexualität nicht als ein Schild um den Körper getragen werden muss, sondern jeder kann die Sexualität ausleben, die er für sich für richtig hält. Aber damit geht man nicht hausieren. Ich würde mich auch an einen Mann stören, der heterosexuell ist und uns dauernd erklären würde, mit wie vielen Frauen er ins Bett geht. Das fände ich unattraktiv. Das Sexualleben der Leute ist etwas Intimes. Die Sexualität des Menschen ist ein zartes Pflänzchen. Und wenn man da zu viel Wasser draufschüttet, macht man es kaputt. Und wenn es zu wenig Wasser kriegt, trocknet es aus. Also das wird man alles auch irgendwann sehen. Aber das, was jetzt gerade passiert, dass auf den Straßen diese Leder und was weiß ich für Fetische rumgetragen werden, das schadet der Sexualität und schadet der Homosexualität. Ich glaube, ein Grund dafür, dass Menschen heute ihre Sexualität so stark nach außen tragen, ist zum einen die Sehnsucht nach individueller Anerkennung und zum anderen der Verlust der kollektiven Identität. Natürlich könnte man sagen, dass es auch politisch gewollt ist, um die Gesellschaft zu fragmentieren und dadurch für Ideologen formbar zu machen. Aber der Verlust des Glaubens an Kirche und Institutionen hat dafür erst den fruchtbaren Boden bereitet. Ich zum Beispiel bin noch mit Gott und Jesus groß geworden, aber die Jüngeren haben damit genauso viel zu tun wie eine Katze mit einem Swimmingpool. Aber was meiner Meinung nach am problematischsten mit dieser Entwicklung ist, scheint mir die Dominanz zu sein. Denn was ist bitte mit der Bevölkerungsgruppe einer konservativen Prägung, wie zum Beispiel meine Mama oder die anderen 20 Millionen Babyboomer? Denn heutzutage bekommt man häufig den Eindruck, als würden diese Lebensmodelle miteinander konkurrieren und sich gegenseitig den Lebensraum streitig machen. Deshalb vermisse ich auch die Verantwortung von Politik und insbesondere den Medien, die diese Gruppen nicht gegeneinander ausspielen, sondern zu vermitteln. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, welche Partei sich öfters mal an diese Polarisierung bedient. Aber geben wir nun das Wort zurück an Gloria. Denn jetzt kommt der Teil, bei dem ich mir sicher bin, dass es sie alle betrifft. Weiter geht's. Die heute scheint, dass eine vergessene Minderheit zu sein, meiner Ansicht nach gibt es sie immer noch, aber keiner schreibt mehr für sie. Und keiner interessiert sich auch im politischen Diskurs für die kleinen Leute oder die Arbeiter oder die Leute, die wirklich Steuern zahlen. Und insofern ist da eine Bewegung entstanden. Aus meiner Perspektive hat einfach eine Usurpation der linken Bewegung, hat es gegeben, die die Linken abgelenkt haben von ihrer ursprünglichen Aufgabe, nämlich sich für die Menschen einzusetzen, die Angestellte und Arbeiter sind, hin zu einer Lifestyle-Bewegung. Und das inkludiert natürlich die Grünen und die Roten. Eine Lifestyle-Bewegung, die sich um das Klima kümmert und um die Sexualität. Und damit hat man natürlich dann wirklich diese Leute alleine gelassen. Und das sind heute, ist das Sammelbecken für die AfD. Aber da kann man nur sagen, ihr habt euch, ein bisschen wie bei Budweiser. Da hat in Amerika dieses Bier, hat Millionen, die ganzen Amerikaner haben gerne Budweiser getrunken. Dann machen sie diese Voke-Reklame und mit einem Schlag verlieren sie ihre besten Kunden. Und genau das passiert, wenn diese Leute, die Voke-Bewegung, die Bodenhaftung verliert. Die Bodenhaftung haben auch die Grünen und die Roten verloren. Und auch die Schwarzen, muss man sagen. Weil sie kümmern sich nicht mehr um ihr Klientel, sondern sie leben wie in einer politischen Bubble, wo sie sich gegenseitig erzählen, was richtig und was falsch ist und was man tut und was man sagt und was man. Aber in der Zwischenzeit ist da eine Kluft entstanden zwischen dem, was die Menschen unten interessiert, nämlich die Inflation, die hohen Energiepreise, die Angst um den Arbeitsplatz oder dass die Firma pleite geht, bei denen sie arbeitet. Das scheint alles da oben kein Thema mehr zu sein. Das ist unser Problem. Und hier liegt doch, wie man bekanntlich sagt, der Hund begraben. Denn während wir Debatten über Brandmauern führen und darüber diskutieren, wie man der AfD begegnen soll, werden mal wieder die politisch verwaisten Menschen übersehen, die sich fühlen, als würden sie ihre Heimat verlieren. Die jungen Politiker und Journalisten haben meiner Meinung nach einen Mangel an Empathie. Sie erkennen nicht die sensiblen Phasen, in denen sich Menschen im edlen Alter wiederfinden. Denn der Körper wird älter. Erste chronische Krankheiten schränken das Leben ein. Man fühlt sich verwundbar. Und während man sich eingestehen muss, dass man nicht mehr kann wie früher, zerbricht plötzlich alles um sie herum, was ihnen Halt gab. Und natürlich macht das Angst. Vielleicht auch Angst davor, bald zu sterben oder ins Altersheim kommen zu müssen. Und deshalb sollte doch eine starke Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt unseren Senioren und Senioritas die Angst nehmen und ihnen Halt und Sicherheit vermitteln. Und meiner Meinung nach ist das Schlimmste, was man tun kann, auf diese Menschen mit erhobenen Zeigefinger zu zeigen und sie mit einer verletzenden Rhetorik als alte, weiße Männer zu bezeichnen. Oder noch schlimmer, sie als Rechtsextreme zu labeln, weil sie die AfD wählen, weil ihnen doch sonst keiner zuhört. Das hat weder die AfD verdient noch die Menschen, die sie wählen. Es ist nämlich die verfehlte Politik, die die Ursache für dieses Debakel hat. Und deshalb meine Kritik. Wir müssen endlich wieder zusammenfinden und aufhören, Andersdenkende zu etikettieren, sondern endlich wieder Gemeinsamkeiten finden. Und falls ihr meiner Meinung seid, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, denn es kommen noch viele weitere Videos mit Politik und mit Herz. Das war es mal wieder. Wir sehen uns heute noch öfters. Bis dahin. Ciao.